Herzlich Willkommen zu Pre-Season 2017. Hier erfahrt ihr alle Neuerungen sowie Änderungen, die uns in der nächsten Season erwarten. In diesem Video beschäftigen wir uns kurz mit dem Stealth-Update und der Unterteilung in Invisibility und Camouflage, damit hier bei den kleineren Assassin-Updates keine Verwirrung auftauchen. Klickt oben rechts im Video auf die Infocard, um zur Playlist mit allen Videos zu Pre-Season zu gelangen. Momentan hat Stealth in League of Legends ein großes Defizit. Es ist schwer zu balancen. Ein unsichtbarer Twitch, der aus dem Nichts kommt und mit seiner Ult einen Instant Pentacle macht, scheint erstmal recht stark. Dagegen kann man sich allerdings mit einem Pink-Word mehr oder weniger gut schützen. Anders ist das schon bei Champions wie Akali oder Kha'Zix. Diese werden durch ein schnell platziertes Pink-Word sofort gekontert. Als Spieler fühlt sich das natürlich nicht gut an, durch ein 75-Gold-Item so ausgekontert zu werden. Und gerade weil Stealth, wenn man es nicht kontert, sehr stark und wenn man es kontert, sehr schwach ist, führt Riot nun die Klassifizierung in Invisibility und Camouflage ein. Beide Stealth-Fähigkeiten haben ihre eigenen Regeln und geben Riot so die Möglichkeit, dementsprechend zu balancen. So hat Invisibility folgende Eigenschaften. Es ist meist nur von kurzer Dauer und macht den Champion komplett unsichtbar. Er kann nur durch feindliche Türme für Feinde sichtbar gemacht werden. Auch in Pink-Words bleibt er unsichtbar, bzw. jetzt Control-Words. Es gibt keine Pinkies mehr, aber dazu kommen wir gleich noch. Invisible-Champions sind Talon, Akali, Kha'Zix, Sheiko, Timo, Vayne und Wukong. Camouflage hingegen kennen wir bereits von Evelynn. Hier decken euch nicht nur feindliche Türme, sondern auch feindliche Champions sowie Control-Words auf. Ein Control-Word kann von jedem Champion nur einmal platziert werden und deckt ebenfalls Camouflage-Champions, sowie versteckte Fallen und andere Words auf. Control-Words kosten 50 Gold und ersetzen nun die Pink-Words. Camouflage hat allerdings den Vorteil, dass es länger hält. Beispiel Rengar-Ult mit 30 Sekunden. Camouflage-Champions sind Rengar, Evelynn und Twitch, dessen Camouflage übrigens auch 14 Sekunden hält. Das waren also die Stealth-Changes. Schreibt mir eure Meinung dazu in die Kommentare. Wenn ihr nicht zu Pre-Season 2017 verpassen wollt, lasst mir ein Abo da, würde mich auf jeden Fall freuen. Ansonsten war's das von mir, ich bin raus. Bis zum nächsten Mal. Und da schauen wir uns die kleineren Champion-Changers an zu Akali und Sheiko und so. Ja.